So, wir versuchen uns mal mit einem Roadmovie. Guckt euch den Bart an. So, wir sind gerade auf dem Weg nach Montreal. Montreal. Alles fließt von Wasser. Hier hinten ist eine total schöne Skyline. Das ist schön. Und das Wetter wird wieder besser. Und was? So, jetzt sind die Brücken zweimal weg. Das ist gut. Dann werde ich mal versuchen, jetzt ein Brücken zu machen. Dann muss ich aber zum Video abzuhalten. Ähm, was meine YouTube ist?